Anstand digital. Brauchen wir eine Art Knigge für das Internet? Natürlich brauchen wir es, denn ich habe nämlich noch genau wie in den 90er Jahren, als das Internet in die Welt gesetzt wurde, ungeheure Hoffnungen damit verbunden wurden, von denen ich ja manche bewahrheitet habe. Es ist gelungen, Menschen auf ganz unterschiedlichen Kontinenten in Sekundenschnelle miteinander zu verbinden. Es ist gelungen, Informationen zugänglich zu machen, wie in Wikipedia, die insgesamt gut sind. Aber man hat wohl damals die Gefahren des Internets unterschätzt. Techniken sind ihrer Natur nach neutral. Sie können zu schlechten Zwecken benutzt werden. Und ohne Zweifel haben wir erlebt, dass in den letzten Jahrzehnten das Internet auch zur Brutstätte von Hass und Verleumdung geworden ist. Besonders dadurch, dass im Internet anonym Gerüchte verbreitet werden können, die nicht nur falsch sind, sondern nachhaltige Schäden in einer Gesellschaft hervorrufen. Vergil beschreibt im vierten Buch der Enees die Pharma als ein Monster mit vielen Augen und Flügeln und nennt es der Übelgrößtes. Damals konnte die Pharma das Gerücht nur auf mündliche Mitteilung sich stützen. Heute bestehen ganz andere Möglichkeiten. Und der Ausdehnung unserer Macht muss immer eine Ausdehnung der Verantwortung entsprechen. Wir müssen den Menschen beibringen, dass die Mitteilungen nur dann zulässig sind, wenn sie nicht gegen Grundrechte anderer verstoßen. Die Meinungsfreiheit hat ja eine Schranke nach unserem Grundgesetz, etwa an der Ehre des Mitmenschen. Und Menschen müssen neben den technischen Fähigkeiten, die die Benutzung des Internets gestatten, auch einen Moralkanon lernen, der teilweise auch durch das Rechtssystem geschützt werden muss. Meines Erachtens ist es zum Beispiel sehr fragwürdig, dass sehr viele Kommentare im Internet anonym gegeben werden können. Das erhöht nicht den Sinn für Verantwortung. John Stuart Mill argumentierte bekanntlich gegen das Wahlgeheimnis, weil eine Wahl ein öffentlicher Akt sei. Ich glaube, er hat Unrecht. Es ist sehr wichtig, Bürger zu schützen, auch wenn sie missliebige Politiker abwählen wollen. Aber im Falle der Mitteilung von Ideen, besonders wenn sie gegen andere Menschen sich richten, ist es wichtig, dass die Hemmschwelle wieder erhöht wird. Und das kann nur der Fall sein, wenn Menschen klare Grenzen gezeigt werden. Und das ist nur möglich, wenn man weiß, wer hinter bestimmten Aussagen steht. Ja, wir brauchen eine moralische und rechtliche Regelung, um dafür zu sorgen, dass die berechtigten Hoffnungen, die man mit dem Internet verknüpft hat, nicht in ihr Gegenteil umschlagen. Und das geht dann. Vielen Dank.